Diese Woche feiern wir bei Hour of Power den zweiten Advent. Bobby Schuller predigt über das Thema Advent. Du wirst das finden, was du suchst. Haben Sie Sehnsucht nach etwas und haben das Gefühl, dass Sie keine Sehnsucht haben dürfen? Sehnsucht ist an sich nichts Schlechtes. Aber sind wir bereit, unsere Sehnsucht Gott unterzuordnen? Sie können sich entscheiden, was Sie wollen. Wenn Sie Ihr Leben aus Gottes Sichtweise herausleben und Ihnen folgen, werden Sie wollen, was Gott will. Dann werden Sie entdecken und finden, was Sie suchen. Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.